Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Hallo. Guten Morgen. Wenn man einen guten Tag haben will, muss man auf jeden Fall gut frühstücken. Wir haben eine Umfrage gemacht, was DSL Kunden wichtig ist. Schnelles Internet zum günstigen Preis. Den Strom könnte ich doch zurückschicken. Überall, voller Fang, sogar hier oben. Ja, das ist es. Strom. Der elektrische Strom hat gefehlt. Das ist unfair. Wir kriegen die Elektronen mehr Spannung, mehr Kraft, mehr Druck. Ei, ei, ei. So viele Kilowattstunden verbraucht, was das wieder kostet. Kostenlos. Denn wenn Sie zu uns wechseln, erhalten Sie zu Ihrem Modem Der Strom kommt da oben raus aus dem Kraftwerk. Darf ich vorstellen, das 1&1 SmartPad. Mit mehr Antennentechnik und gigantischer Reichweite. Nee, das stimmt nicht. Den hier. Mit einem schönen Nebeneffekt. Voll ein Fang! Viele unserer DSL Kunden wünschen sich mehr Reichweite-Fährwähler. Kein Mensch kann mit all dem Kram noch irgendwas machen werden. Der Modelingenzen nimmt sich vollautomatisch, ganz von allein. Also, so kann es nicht weitergehen. Keine Vertragslaufzeit, 35 Prozent. Große Tarifauswahl, 56. Kostenlose Hotline, 78 Prozent. Und so geht dieser Ruck, diese Begründung sehr schnell durch die ganze Reihe. Also, wir wumpen, wumpen, wumpen. Um, sagen wir mal, eine 100-Watt-Birne zum Leuchten zu bringen, müssen in einer bestimmten... Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Verantwortungslos ist das. Vertrag? Und hier spricht von Vertrag. Nein. Und wenn der jetzt nicht hält, ne? Ich glaube, ich träume. Da bist, at 1&1.de. Was ist denn das? Halb, stopp! Eine schwebende Milchtüte, die einfach in der Luft liegen bleibt, das... Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ich mache den fertig. Ich mache den fertig. Wer war das? Wenn ich diesen Umweltverschmutzer erwische... Ultraschlecht, fast kein Wortmixing und nur olle Kamellen, die hier verwurstet werden, Galileo sagt. Checkt lieber die Y-TK-Ochs ab.